Intro Servus, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier mit Toonbrader. Ich grüße euch, Hallöchen, Freunde. Heute der Lehrer wieder außer Rand und Band. Ja, sie wird wieder alle verhauen. Verhauen und sie wird alles zerstören. Ja, hat sie auch recht. Die anderen sind böse. Hahaha, Freunde, denkt daran. Däumchen werden, Däumchen. Und wir machen hier weiter. Müssen wir aber erstmal gucken, wo wir hier genau hin müssen. So, wir müssen jetzt erstmal dorthin. Dann werden wir uns nämlich auch gleich hier mal den Geo-Couch besorgen. Mal gucken, wo er ist. So, er mal hier runter. Wo soll er sein? Da vorne links soll er irgendwo sein. Irgendwo da vorne links. Boah, da da oben nichts blinkt, gehe ich davon aus. Das könnte auch hier sein, ne? Ähm, nein, der ist da drinne. Er soll tatsächlich da drinne sein. Ist er hier drinne? Linkt da irgendwas? Ich sehe nichts. Denk tue ich nichts. So, okay. Aber das soll da drinne sein. Oder? Audrey! Komm, geh mal da hoch. Oder es... Es ist eine optische Täuschung. Es ist eine optische Täuschung. Das ist nicht der Geo-Cage, den du suchst. So, Moment. Wollen wir jetzt hier gucken, Freunde. Jetzt machen wir erstmal hier auf. So, zack. Und... Wups. Boing. Ist open. Ist open. So, wollen wir mal gucken. Liegt hier was rum? Ha? 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 Okay, dann liegt der wahrscheinlich oben. So, Moment. Moment. Hier, das Ding hier. Und... Lalalalalalala. Zack. Guck mal. Jetzt ist er am Arsch. Jetzt haben wir ihn kaputt gemacht. Egal. 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 So, hier hoch. Wupp. So, und... Zack. Und ist der Geo-Cage garantiert hier oben? Muss dann hier oben sein, Freunde. So, zack. Der ist hier oben. Ich weiß es. Ich weiß es. Oh, ist hier oben jemand? Nein. Alles klar. Cool. So, warte mal. Jetzt gucken wir mal, wo der liegt. Ich glaube, der liegt hier oben drauf. Ich glaube, der liegt hier oben drauf. So, okay. So, okay. Und da hoch. Da ist er, Freunde. Ab ihn. Ahaha. So, fehlt nur noch einer. Okay. So, okay. Hier gibt es nichts weiter. Ein beherzter Sprung hier rüber. Zack. Dankeschön. So, nehmen wir natürlich den ganzen Staff wieder mit, Freunde. Damit wir hier alles sammeln können. Alles müssen wir sammeln. Ja, ja, ja. So, pack mal auf. Hier nicht. Hä? Ich jetzt hier nicht. Okay. Da, da. Da, da, dahin. Okay, alles klar. Boom. Zack, da dran. Sehr schön. Okay, aber wir waren hier noch nicht fertig, Freunde. Wir waren hier noch nicht fertig. Wir müssen hier noch ein bisschen was mitnehmen. A little bit. So, da drüben ist dieser Kingsbums. Okay. Alles klar. Warte, warte, warte. Nehmen wir natürlich mit. Und zack. Dankeschön. So, damit wir auch nämlich dann noch die letzten Upgrades machen können, Freunde. Können wir nämlich auch noch machen. So. Okay, war es das, war es das denn hier gewesen? Oho, 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 cool. Alles klar. So. Hier, nehmen wir einfach mal mit. So, pack mal auf, Freunde. Pass mal auf. Hier, zack. Jetzt geht's da hin. Und. Zack. Ähm. Bin ich hier richtig? Oh. Anscheinend nicht. Hahaha. Was ist denn das für ein Scheiß jetzt gewesen? Das war, das nenne ich jetzt Betrug, Freunde. Das war Betrug. Boah, Moment. Moment. Oder musste ich irgendwo da? Wo? Ne, da geht's dann zurück. Okay. Aber wo denn jetzt? Wo denn jetzt? Ja, da muss ich hin. Ist schon klar. Da komm ich ja nicht hin. Oh, warte mal. Das Ding ist mir... Hab ich das jetzt nicht mitgenommen? Okay, den hab ich schon. Alles klar. Von, die müssen auch irgendwie da hochkommen. Ah. Boah, jetzt aber, oder? Bums. Na bitte, sag ich doch. Oh, und zack. Und zack. So, ist hier jemand? Nein. Alles klar. Sehr schön. So, haben wir hier oben irgendwas? Genau, hier war das Dokument gewesen. Hm, warte. Wo ist es? Da ist es. Diese Insel ist mehr, als ich erhofft hatte. Die Bewohner sind natürlich völlig wahnsinnig. Und die armen Leute von der Endurance, eine Tragödie. Aber ehrlich, es ist gut für die Dramatik. Hier ist nicht nur das mythische Land Yamatai, sondern es gibt Schiffswracks und moderne Kultisten. Das rechtfertigt mindestens zwei Dokumentarfilme, vielleicht sogar eine Serie. Meine Güte, dieser Ort wird die Fantasie der ganzen Welt beflügelt und ich werde im Zentrum von all dem stehen. Diese Erleichterung. Ich habe aufs richtige Pferd gesetzt. Ich muss jetzt nur vorsichtig sein. Die Situation kann jederzeit außer Kontrolle geraten. Sobald mir dieser Matthias zuhört, kann ich ihn überzeugen, dass eine Zusammenarbeit allen nutzen würde. Schließlich kann er doch nicht ernsthaft glauben, was er diesen Männern predigt, oder? Sie sind orientierungslos und verwirrt. Ich werde sie alle in die Zivilisation zurückbringen. Die Sponsoren werden dafür Schlange stehen. Diese Story ist gewaltig. Ja, und du bist ein bisschen wahnsinnig geworden, ne? Egal. Er kriegt sein Fett weg. So, okay. Und dann haben wir noch einen Geocage. So, aber wo ist er? Ist wahrscheinlich da. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sehr schön. Okidoki. So. Dann wollen wir mal nach oben. So. Einmal da. Füllen. So, und Dankeschön. Räuft noch. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. So, bitte einmal nach oben. Dankeschön. So, dann einmal ein beherzter Sprung an die Leiter. die sehr vertrauenserweckend aussieht, ne? So. Und zack. Okidoki. Haben wir schon mal. So, zack. Uh. Uh. Komm mal her. Und. Oi. Dankeschön. So. Oh, Freunde. Da geht's tief runter, ja? Ganz tief. Oh, oh, oh. Da krieg ich immer so ein mieses Gefühl im Magen. Ein ganz, ganz mieses Gefühl. So, und komm her. Sehr schön. Oha. Oha. Freunde, wenn du hier runterfällst, bedeutet es tot. Dann bedeutet das Töten. Ui. Okidoki. Jetzt bin ich hier. Ihr müsst das ja, äh, normalerweise gibt es hier ja nix, ne? Normalerweise gibt es hier ja nix. Also im Normalfall. Nur im Normalfall, Freunde. So, okay. Dann einmal ein beherzter Sprung und darüber. Und tadaa. Da sind wir. Sehr schön. So. Okay. 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 Alles klar. Alles klar. So. Kann ich das hier mitnehmen? Nein, kann ich nicht. Okay. Okay. Gehen wir mal nach oben. Oh. Der Stuhl ja immer so wieder außen rum klettern, ne? Muss ja wieder außen rum klettern. Ach, wie praktisch. So. Und so. Sieht sehr stabil aus, ja? Gebaut für die Ewigkeit. So. Und zack. Das ist ein Versorgungsblut. Dankeschön. Das tut immer gut. So. Einmal hier rüber. Was machen wir hier? Da in dem Grab sind scheiß Oli. Wir haben Befehle vom Boss. Keiner darf rein oder raus. Die töten alles, was seinen Fuß da reinsetzt. Hast du der OMS-Crew zugehört? Ja. Sie sagten, ein paar Jungs sind zum Bergen rein und nie mehr rausgekommen. Die verarschen dich, Bruder. Die Mistkerle denken sich das aus. Glaub einfach nichts davon. Ihr werdet mich doch nicht entdecken, oder? Oh, der eine hat den Bautz da unten gemacht. So. Euch habe ich. Ha, ha, ha. So. Oh, ja. Ein bisschen Munition kommt gut. Munition kommt immer gut. So. Aber wo geht es jetzt weiter? Also hier geht es, glaube ich, nicht weiter, ne? So. Hier haben wir auch nichts mehr. Alles klar. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich... Ah. 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 Darüber müssen wir. Alles klar. Alles klar. Das finde ich einfach wunderbar. So. Zack. Dankeschön. So. Oh, da hoch. Dankeschön. Dankeschön. So. Haben wir hier irgendwas, was ich mitnehmen kann oder sollte oder müsste? nochmal gucken. Nein. Alles klar. Sehr schön. Uh. Uh. So. Okay. Das wird lustig. Stopp, stopp. Alles klar. Hier, Freunde. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Es läuft. So. Und. Zack. So. Und da hoch. Oh. Das sieht, glaube ich, gut aus. Ne? Oh. Genau. Stimmt, ja. Und. Zack. Oh, ja. Die praktisch. Die praktisch. So. Und. Gib ihm. Okay. So. Bin da. Wer noch. Ah. So. Hier schon irgendwas entdeckt oder so? Nein? Alles klar. Cool. Oh, Neera. Das machst du fein. So. Du musst jetzt allen eine rein. So. Okay. Hier ist überall nichts zu machen. Sehr schön. Okay. Gehen wir mal nach hier draußen. So. Haben wir hier irgendwo was zum Sammeln? Sieht auch nicht danach aus. Nein. Okay. Da geht es wieder nach unten. Und hier kommen wir ja nicht hoch, ne? Alles klar. So. Einmal hier um die Ecke gelunzt. Da müssen wir hin. Okay. Okidoki. So. Oh. So. Wir können ja nur nach unten, ne? Wir können ja nur nach unten. Und schwuppdiwupps. So. Hier. Zack. Bumm. Weg mit dem Gelum. Oh. Das hat weh getan. Haben. Okay. Warte mal. Das haben die natürlich saudoos hier gemacht, ne? Saudoos. Oder ich muss das dann später von der anderen Seite machen. Jetzt werde ich sterben, oder? Wenn ich das so mache, werde ich sterben. Ganz vorsichtig, Freunde. Ganz vorsichtig. Und dann da hochschießen. Bist du? Das ist übel. Das ist ganz übel, haben die das gemacht. So. Okay. Einmal erstmal hier hoch. So. Was haben wir hier? Da haben wir das. Sehr schön. Was haben wir hier Schönes? Wahrscheinlich. Okay. 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 Kein Namensschild drinne. Warum nicht? So. Das habe ich schon mal. So. Hier isst sich nix. So. Hier unten isst sich auch nix. Gut. Das ist ein Geokuss. So. Den habe ich schon mal. Dankeschön. So. Wunderbar. Wunderbar. Sehr schön. Müssen wir nur noch gucken. Ah. Hier ist immer so eine Pflanze. Dankeschön. Habe ich auch. So. Okay. 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 Jetzt muss ich hier hoch. Hallöchen. Da. So. Da war ich drin gewesen. Das habe ich geholt. Alles klar. Sehr schön. Okidoki. Weiter geht's. So. Oh. Warte. Habe ich jetzt hier. Ich sollte natürlich auch gucken, Freunde. Ich sollte erstmal gucken, bevor ich hier irgendwo runterspringe. Alles klar. Hier ist nix. Hier runter. Scheiße. So viele Leichen. Nein sei jetzt. Die Uni sind hier. Und sollen wir uns etwa finden. Sei ruhig. Und halte nach dem Mädchen aus. Okay. Das kann ich nicht mitnehmen. Da wollen sie nach dem Mädchen Ausschau halten. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. So. Pass mal auf. Waren wir erstmal hier. Wo müssen wir hin? Da ist ein Büchlein. Da gucken wir erstmal schnell rein. Kurz nach der Entdeckung des Grabs kam die Uni. Zuerst gingen die Lichter aus. Und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren. Und sie töteten uns mit uralten Klingen. Schüsse, Schreie, Blut. Wir konnten... Wir konnten sie nicht aufhalten. Alle stürzte ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott. Warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir... Wir verlassen die Basis. Aber nicht die Insel. Wir gehen ins Landesinnere. Zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Uni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören. Aber warum denn? Ihr seid doch die Eindringlinge gewesen. Bösen. So. Moment. Mal ganz schön hier ans Lagerfeuer. Oh. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Weil nämlich böse Menschen hier im Weg sind. Die wollen... Die wollen... Die wollen... Die wollen... Das ist böse. So. Schalldämpfer. Und nach. Und flutsch. Weg ist er. Jetzt hier irgendwas. Irgendwas. Hier gibt es wieder diese Dinger. Genau. Die musste ich auch abschießen. Das war eine neue Herausforderung. Warte. Warte. Daran kann ich mich noch erinnern. Daran kann ich mich noch erinnern. Guck mal hier. Da. Sonnenkiller. Ja. Wie viele Gassen da? Da gibt es fünf Stück. Alles klärchen. Cool. So. Jetzt erstmal hier ans Lagerfeuer. Fähigkeiten habe ich keine. Hier. Können wir gleich mal gucken, ob wir noch was zum Verbessern hatten. So. Hier am Bogen hatten wir noch was. Und die anderen Sachen hatten wir alle gemacht. Okay. Gucken wir mal am Bogen. 650 brauchen wir da. Also nicht mehr viel, Freunde. Nicht mehr viel. Alles klar. Alles klärchen. Sehr schön. Okidoki. So. Warte mal. Irgendwann mal hier. Weil hier drüben war, glaube ich, auch ein Dings. Ein Geo-Cage. So. Erstmal das Ding hier. Und da der Geo-Cage. Dankeschön. Ey. Vera, nimm das Ding. Nimm's. 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 Auf. Dankeschön. So. Geo-Cage. Geo-Cage. So. Zwei von drei. Und da oben hängt auch noch so'n Sonnen-Dings. Warte. Da. Geo-Cage. 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 Noch. Auch noch. No, 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 no. Leider nicht. Leider nicht. So. Mal ganz schnell weitergelaufen, Freunde. So. Einmal hier raus. Danke. So. Ne. Jetzt gucken wir mal hier. Dann gucken wir jetzt mal hier. Vera, du willst halt irgendwie nicht, ne? Du hast halt keine Lust mehr. So. Okidoki. Da, 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 da. Oh. Oh. Genau, das war hier diese Sache mit dem Aufzug gewesen, ne? Das Grab muss in den unteren Ebenen sein. Okay, aber hier komme ich ja leider noch nicht durch, ne? Okay. Ich muss irgendwie da durchkommen. So, ich komme auf beiden Seiten hier momentan nicht durch. Alles klar. So. Das bedeutet... Oh. Yay, Trampolin! Trampolin, Freunde. Cool. So. Ah. Sehr schön. Der Aufzug steckt fest. Oh. Stimmt, das war nämlich das Ding, was wir hier kaputt machen können. Aha. So. Cool. Ich bin auf der richtigen Spur. Genau. Ich muss den Aufzug nur mit der Brucht nach unten befördern. So. Jetzt erstmal hier gucken. Gucken, 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 gucken. Was sehen wir hier? Was sehen wir hier? Eine ganze Menge. Nur nicht das, was wir gerade sehen wollen. So. Das heißt, ich muss jetzt hier hin. Hallöchen. Okay. Ah. Alles klar. Alles klar. Alles klar. So. Erstmal hier drauf drücken. Zack. Jetzt ist er an der Stelle. Wollen wir jetzt mal gucken, ob ich von hier aus da hinkomme. So. Und zack. Jawohl. Da komme ich hin. So. Aber jetzt erstmal das hier futsch. Oh. Boing. Cool. Haben wir auch kaputt gemacht. So. Jetzt gucken wir aber erstmal hier. Hier ist nämlich auch noch was. Dankeschön. So. Okay. Okay. Uh. Warte. Warte. Ich muss mir den Weg freischießen. Genau. Ich muss mir jetzt den Weg freischießen. So. Oh. Genau. Da war ja was gewesen. Brandmunition. Habe ich ja auch noch. Cool. Cool. So. Wollen wir aber erstmal schnell hier. Da ist noch ein Büchlein. Oberkommando an Agent. Stopp. Trinity ist besorgt. Stopp. Beschaffung des Sternphänomens inakzeptabel. Stopp. Sabotage der Operation der Achsenmächte unabdingbar. Stopp. Trinity. Aha. Freunde. Guckt mal. Da fügt sich das eine ins andere. Trinity. Aha. So. Haben wir hier noch was? Was wir mitnehmen können? Ha. Da unten sind da noch Sachen. Aber das kommt noch. Das kommt noch. So. Oha. Oh. Warte. Ähm. Brandmunition. Ha. Cool. Wumms. Da liegt es. Bitte einmal runter. Tag. Ja. Entschuldigung. Tut mir leid. So. Sieht gut aus. Sieht doch wie. Da gibt's ja auch noch was. Da können wir mal hingehen. So. Ja, machen wir. Lara, machen wir. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. So, jetzt müssen wir mal hier hin. So. Komm schon. Aha. So, Moment, Moment, Moment. Ja, Freunde, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, Moment. Ähm, erstmal da hin. Erstmal da hoch. Und zack, weg mit. Weg mit dem Gelumpf hier. Dankeschön. Genau. Einen noch, dann kannst du den Aufzug bewegen. So, nochmal hier drauf drücken. Moment, 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 Moment. Moment. Ja, hier eine Kunst, Freunde. Ja, ja, ja. Das wird wieder eine Kunst. Das wird schön. So, warte mal. Hab ich jetzt hier eigentlich auch alles mitgenommen? Nicht, dass ich hier wieder was irgendwie hab liegen lassen. Das wäre schlimm. Das wäre richtig schlimm. Aha. Freunde. Aber ich muss euch leider enttäuschen. Wir machen erst in der nächsten Folge weiter. Aha. Sorry. Tut mir leid. Freunde. Guckt nochmal gleich in den Endcard. Auch wieder cooler Stuff drinne. Aha. Freunde. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.